Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Outriders. Wir sind dann mal weitergereist und wir sollen jetzt die Süpfe überqueren? Diesmal alleine? Das werden wir auch hinbekommen. Wir haben einen ordentlichen Schub von meinem Kumpel bekommen, was so das Leveln angeht, was so den Push in der Hauptstory angeht und jetzt gucken wir mal, dass wir hier alleine wieder so ein paar Leute gekillt kriegen. Gucken wir mal das Ganze mal an. Komischer Piepen als sowas. Komm, wir stellen mal hier das Ding hin, zack zack. Oh, wir halten ja schon mal raus hier. Oh, nachladen wir jetzt für lange. Hey, ist schön. Muss ich hier auch erstmal nachladen, halt. Wenn es so ist, dann ist es so. Ich muss wieder vorlaufen und nicht, dass wir hier rauslaufen, aus dem wir jetzt im Quatsch und dann alles resetet wird. Das ist ja auch nicht so geil, ne? Zack, zack. So. Zweigseinsammeln. So, wie ist das denn noch? H da mal gesagt. Mit H sammelt man sofort sämtlichen Loot innerhalb der näheren Umgehung sozusagen ein. Man muss nicht immer einzeln irgendwo hinlaufen und Zweigseinsammeln. Das ist ziemlich praktisch. Vor allem gut zu wissen, ne? Die Handschuhe sind schon wieder ein bisschen besser. Sieht ja schon bald ein bisschen einheitlich aus hier, oder? Der Kollege. Nicht schlecht. So. Weiter geht's mit der Überquerung. Oh, das hört sich nicht gut an. So. Fähigkeit kann noch nicht genutzt werden. Das ist schlecht. Blau. Schöner Schritt. Jetzt aber. Nee, ich guck noch. Oh Gott. Uu Gott. Jetzt los. Die Kleinen noch mal. Uioioioi. Ja, die Elite-Mobs hier, die halten da überhaupt aus, nag? aber nicht genug so genau jetzt haben wir das schauen wir mal weiter überfahrt mich doch hier nicht muss man aufpassen ja schon alle stupe von hinten so wenn man was wir hier weiterkommen das sieht doch schon mal gut aus und dann kicken wir mal was auch sonst was auch sonst fähigkeiten daraus letztes was die können wir hier mal wieder hier noch diesen machen ratatouille ratatouille das macht schon laune weg mit euch meine ich habe mich immer so stark an du mir so viele gegner gleichzeitig kommen ich schütze noch mal raus weil da nicht so viel schaden machen hier nicht übertreiben ob ich den ausheblichen bin muss ja auch mal funktionieren hier und da vielleicht mal aber alles aus welchen ging er halt doch nicht alter falter hier ist echt wettlos so na gut die jenzen sparen nochmal gleichfähigkeiten raus die waffel bringt hier mal gar nichts wir brauchen hier sowas ich bin das vollautomatisch wird ich bin das vollautomatisch wird ich bin das vollautomatisch wird fähigkeiten machen wir da wieder die sind jetzt auch stark oder 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 machen wir mal hier mit dem die macht doch deutlich mehr scharen ho wo man sagt auch treffen da ein kleini erstmal weg hier nachher hier hätte man so machen können oder so das was das was Geh weg Oh So, neues Geschütz Was? Ne, 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 ne Auf jeden Fall Level Up Das haben wir geschafft Und Den Platz hier auch geklärt Alter Falter, ey So Gucken wir mal, ob wir wieder irgendwas Neues haben 825 Sieht Nicht so Aus Na Okay Nichts übersehen sozusagen Jetzt nochmal ein bisschen Munition Kann ich nicht mehr einsetzen Aber noch wirklich genug Korrigan sagte, der Steinbruch, wo wir hinwollen, wurde überrannt Dann müssen wir doch wohl auf der Hut sein Inzwischen will es da wahrscheinlich von mutierten Freaks Um das verdammte Loch im Boden kämpfen wir seit ich denken kann Aber beim letzten Mal fand Korrigan, dass es die Mühe nicht wert war Wir haben das Ding hochgejagt und Mienen auf der Straße gelegt, um unsere Flanke zu schützen So Nehmen wir mal hier die Oh, ne Erstmal müssen wir hier die Gegner killen, oder? War fast übersehen Lass mal jetzt die Mühe nicht nachladen Nehmen wir mal so nachladen Nehmen wir mal so ein Nachladepörgel, was cool auf die Ein bisschen schneller nachladen, wäre schon ganz witzig So Der spuckt mich hier die ganze Zeit an, der SAUSACK So, schon mal nachladen Guckt aber bestimmt gleich wieder was Sniper raus Da neben hier bubbt Nochmal da neben hier bubbt Nochmal da neben hier bubbt Erstmal nachladen Oh Kommt da draus Da draus Da draus Wache wechseln Nein Aber schon fast ein Schott Fähigkeiten sind aber auch cool hier Wie das bei anderen Klassen ist, kann ich natürlich noch nicht sagen Ich spiele ja nur den Technomanden So viel Zeit habe ich ja nun wirklich, ne Um dann auch noch eine andere Klasse anzufangen Erstmal wie Ene spielen, ne Mal ins Endgame kommen Endgame vorher mal angucken Jo Das hat sich doch gelohnt Ähm Geht jetzt noch nicht, ne Ähm Geht jetzt noch nicht, ne Ich wollte die Minigun nehmen, hab ich mal gemerkt Der Raketenwerfer war dann irgendwie nicht ganz so geil Aber hat dann doch funktioniert Das war dann doch ein bisschen geil Hoho Sozusagen Alter Wie viel Leben hat er denn Beziehungsweise Rüstung, du bist ja denn, ne Neu, losguck Oh Oh, ausweichen, ausweichen, ausweichen Beschütze entstehen Das Ding raus Ah, kann ich nicht mehr ausweichen Oh, warte Oh, das hat richtig weh getan Das war jetzt nicht cool Oh, ausweichen Geschütze raus Fähigkeit raus Fähigkeit raus Oh, warte Ausweichen Und nochmal ausweichen Und Oh, sterben Alter Alter Ah, das ist aber auch schwerer Also, ich find schon Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben Wenn das dann mal einer tun mag Wie er hier so zurecht kommt mit dem Techno Mountain Für den ein oder anderen ist es ja mit Sicherheit leicht ohne Ende Das wird mit Sicherheit den einen oder anderen Pro schon geben Oh, Stück für Stück heute Stück für Stück Oh, komm, weg, 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 weg Ah, lad doch nach Ich muss Und schon wieder sterben No, ist jetzt schlecht Ey, kriegt aber auch gerade ja nichts gebacken, ne Und schon zieht sich das Ganze wie Kaummi Naja, aber kriegt ja wenigstens ein bisschen EP Das ist doch gut Wir hatten ja jetzt schon wieder das, ähm Die Mini gar nicht gezogen Hm Ah, diese Fähigkeit, die find ich irgendwie Nicht ganz so geil Das ist ja eben ja auch so stark verlangsam, ne Das ist ja das Problem Dass man nicht mehr ausrechnen kann, so gut Ne, da kommt definitiv noch früher oder später was anderes rein Aber momentan hab ich noch bessere Rütt Und gerade für so ein Bossfeld oder so ist der Raketenwerfer ja dann doch ganz praktisch So, jetzt kann ich hier aber noch nichts drinsetzen, weil ich Nein, jetzt hab ich Kann ich den nochmal wegmachen? Ne Ach, scheiße Na gut Soviel dazu Hat mich verklickt Das war nicht gut Ah, dann machen wir das halt so Dann bleibt mir auch noch andere Dübliche Alter Man, die sind nachladen Oh, der ist aber eigentlich tot Oh, der ist aber eigentlich tot Jetzt aber Oh, der ist aber eine Menge hier Oh, der ist aber eine Menge hier Oh, komm weg, 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 weg und lad doch nach Alter Ja, hier ist schon wieder bei der Verreckt wäre Puh Puh Alter Schwede Also leicht finde ich das hier echt nicht Bitte Soooo, wollen wir hier ohne Marshall Zeulen hier So was Ausweichen Oh, das hat nicht geklappt, das Ausweichen Oh, komm, Fähigkeiten Komm, lass mich raus, hier wieder aus der Ecke Ah, hat schon wieder gestorben, natürlich Ich renne aber auch immer in irgendwelche Ecken rein Das ist halt echt schlecht, das sollte man eher nicht tun Wo ist denn jetzt hier weiter da? Hupsi, das ist immer in die falsche Richtung laufen, das ist auch geil Mensch, so, neid Und noch mal das Ganze Wäre vielleicht auch schon wieder neue Waffengeil hier, oder? Macht bei dem ja so gar keinen Schaden Aber die sind halt auch alle drei Stufen über mir, ne? Das ist halt echt so ein kleines Problem Selbst die kleinen Misstechnis hier Sieht man ja in der Masse, was die für einen Schaden bei mir anrichten, ne? Da werde ich hier erstmal so ein bisschen an den Moxflobig noch farmen müssen Sind die nachher auch ordentlich Schadenmacher, dann vielleicht mit 17 Wer weiß, wer weiß Ich versuche es auf jeden Fall nochmal, das hier anständig zu machen, klar Aber er ist schon, ja, grenzwertig Das sind überhaupt machbar, das hier Aber wie ihr sagt Wir haben ja, wie das Beste geben kann ich nicht Oh, das Beste ist Waffe raus Ich geh raus Ich geh raus Und attke Das klappt schon mal ganz gut Aber ich mach halt echt nicht viel Schaden, ne? Zack Aus welchen? Um, lad nach, lad nach Raketenwerfer Widerstanden, widerstanden, widerstanden Das ist halt nicht so effektiv, ne? Oh, Alter Wie viele kommt denn hier noch? Das ist nicht machbar Kannst du knicken Die sind viel zu stark für mich, eh Habe ich jetzt vielleicht wenigstens eine neue Ausrüstung mitgenommen, die man jetzt verwenden kann? Ja, guck mal hier Alles, was besser ist, brauchen wir, ja? Wir brauchen jegliche Unterstützung, die man nur so kriegen kann, sozusagen Oh, guck mal endlich rum Mache ich hier Stiefel hier, das ist geil 835 Hm Ähm Ich hab noch 845 Aber die Waffe bringt mir halt vielleicht auch nicht allzu viel hier, ne? Aber die hat macht halt auch keine Reichweite Also das bringt mir in dem Sinne dann auch nichts Oh ja, so muss ich halt Stück für Stück jetzt hier mich vorarbeiten Und hier erstmal so ein bisschen leveln an den Mobs Das ist jetzt ein bisschen haarig Und nicht ganz so clever vielleicht gewesen So durchzurushen mit einem Kumpel Die Hauptstory Denn irgendwie scheint mir doch ein bisschen EP-Flötenjagen zu sein, ne? Die jetzt alle so stark sind hier, die Gegner Also für mich zumindest, stark Gucken wir mal Gucken wir mal Machen wir in der nächsten Folge ein bisschen farm, würde ich sagen, ne? Na gut Auf jeden Fall würde ich mich über einen Like freuen Und über einen Abonnier auf jeden Fall auch Alles kann, nix muss Wer Bock hat, der macht Wer nicht, der nicht Auf jeden Fall Vielen, vielen Dank fürs Zusehen Und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao